Mein Name ist Richard Brozoska, ich bin aus Bundenbach, bin Natur- und Landschaftsführer. Heute sind wir auf der Wildenburg aufgebrochen, auch vor 2000 Jahren eine Höhensiedlung der Kelten und dann uns über die Möschhüder Burr, über die Rabenkanzel dann hier nach Bundenbach begeben. So ist vielleicht vor 2000 Jahren auch schon ein keltischer Händler unterwegs gewesen, der vielleicht Wein am Foren, Bernsteine, Feuersteine hier von Ort zu Ort transportiert hat. Wenn ihr Lust habt darauf, dann kommt einfach vorbei und macht euch mit mir auf den Weg.